Nein. Ey, warum hab ich die wechseln? Kannst du bei einer Klasse bleiben die ganze Zeit. Das ist zwar unlogisch, weißt du. Wenn du wechselst, kriegst du direkt wieder neue Ausrüstung. Die sind so die Cheater, ne? Was, wir sind so ein Cheater, du bist? Keine Ahnung, was. Hallo, son. Nice. Leute, was war's für euch? In der letzten Zeit! In der letzten Zeit, die scheinen Klasse sind PERFUN. Auch noch ein paar Chapman der Klasse sind in der K Matthaus. oh alter ich renne in den rauch rein alles lag bei mir richtig schlimm das was muss man spielen geht das nicht ich hab keine Chemo mehr ist zack voll geht noch sterben Nein Dankeschön das reicht nicht gerade aus wenn du gerufen hast ich nicht ich hab selber auf verlassen ich hab sie noch bei meiner zweiten Klasse drin hört mir gerade auf ja mann Dankeschön lol nice ey ich bin der erste nice ich läuft gerade ohne Leichtgewicht durch die Dinge zu flossen C4 explodiert hier nicht nach Zeit oder? nö keine Ahnung äh lol explodieren Klamour was heißt meine Klamour ist gerade explodiert obwohl ich von euch hier in der Nähe ist ja alter meine Klamour ist gerade los hey klir doch slow du kannst schon manchmal zwei machen wie man kann nur maximal zwei machen ich hatte ihm die ganze Zeit 4 auf der Map geht aber nicht liegt die links von Muni? da steht die keine ach fick dich doch ey passt so ist einer wieder reingerannt und welche? die da unten Acht Ah nur Hitmarker erlegt mich untermauert von drauf aus vorräte bereit zur auslieferung wo sollen sie hingewacht alter mischa eine frage warum rennst du da immer wieder hin gleich noch ja weh auch hat gerade einen muni Nein, hat sie nicht. Wo liegt die Muni? Ach man. I need Muniation. Ammonation, wie es heißt. Ammo, Ammo. Der liegt bestimmt im Clamore drin. Darf man seine Sekundärwaffe vermischen? Also zum Laufen ja, ne? Aber keiner auf die ganze Zeit mit der Grenat in Hand. Vorräte warten auf Zielvorgabe. Wiederhole Vorräte warten auf Zielvorgabe. Ich will sterben. Ich will sterben, Mann. Leg mal in die Mitte jetzt eine, bitte. Und da, wo wir die ganze Zeit sind, sterben. Ich bin auch Muni. Du kannst damit bekommen, woher. Kann man immer noch sterben, ne? Er stecken, ne? Oh, Digga, das ist das vor dem Neck. Wenn du mir nicht sterben will, flopfen. Ja, da, wo du was die ganze Zeit einer rumballert. Oh, Digga. Das bin ich. Ja, lauf da in den Gang rein. Da ist ein Clamore. Oder komm hier hoch zur Treppe. Dankeschön. Jo, okay. Nein, das ist nicht gut. Du musst schon selber suchen, Michiko. Ja. Ich bin aber so dumm. Hast du den Clamore gelegt? Der ist schon... Scheiße. Wo sollen sie hin? Egal. Wo sollen sie hin? Egal. Darf man nicht Clamore benutzen? Darf man nicht Clamore benutzen? Ja, wäre ich so. Oh, Junge. Oh, noch Clamore Luftschlag halt. Oh, Junge. Oh, Junge. Hä, was war das? Oh, Junge. Oh, Junge. Boah, ich sehe nichts. Loll. Fail. Ich bin runtergeprungen. Vorräte warten auf Zielvorgabe. Was machst du da? Wiederhole. Vorräte warten auf Zielvorgabe. Du. Warum rennst du denn mal nach oben? Jo, nice. Jo, nice. Kattere! Ich bin zu viel geschloss. Zu viel geschloss. Nein, hä, wie studiert du das zu viel? Ach, man muss doch mal drehen. Wieso? Du hast ihn bereits zur Auslieferung. Wo sollen sie hin? Luftschlag und, und Dings. Ja. Ja. War gesagt. Oh, dieses. Guck mal. Schon wieder durch eine durchgeflogen. Fail. Jetzt fängt wieder Trittbettfahrer. Wie hat es die vier von euch? Hey, was haben die Scheiße? Die vier Dinger von der Range. Hey, wie hat jemand gelegt gemacht wird? Schon wieder läuft. Schon wieder läuft. Wie macht man es eigentlich, wenn man 2 zu 4 draußen hat? Wie lässt man die Kleider auslesen? Oh, Kills. Kein, ich sie weg.